Bitte einmal der Fahrer von Riga Transporte auch einmal zu seinem Pferd zum Hängerparkplatz schauen. Riga Transporte bitte zum Hängerparkplatz. Weiter geht's mit der Programm Nummer 198, Sunshine, vorgestellt von Ballenberger Petra. Sie startet für den WFP S.G. Abendberg Ebersbach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017